Das ehemalige Kloster in der Schlossgasse war immer ein Haus der Begegnung. Heute hat unter anderem der Pensionistenverband sein Club-Lokal im ersten Stock. Damit auch alle Senioren bequem dorthin kommen, wurde nun ein Lift eingebaut, der feierlich eingeweiht wurde. Der 8. Dezember, ein Feiertag, Eröffnung des Pensionisten-Clubs, Fassade renoviert, Lift eingebaut, ein großes Projekt auch von Seiten für die Gemeinde. Wenn man das ein Jahrzehnt lang zurückblickt, dann kann man sagen, haben wir in diesen zehn Jahren nicht nur Visionen entwickelt, sondern es ist diese Visionen auch zur Umsetzung gebracht. In Zahlen ausgedrückt haben wir jetzt mittlerweile in diesem Haus eine knappe Million Euro investiert. Aber es ist bestens investiert, weil dieses Haus immer in Verbindung mit Menschen war. Das war eine politische Entscheidung, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das ist für mich so eine Art Haus der Begegnung, weil nicht nur die Pensionisten unter einem Dach sind. Da gibt es eine Töpfergruppe, da gibt es Maler, da gibt es Künstler, da gibt es Naturfreunde und sie vertragen sich alle. Und darum habe ich auch Freude, all diese Gruppen auch unter einem Dach zu haben. Herr Tauber, Sie haben hier gearbeitet als Baumeister für den Einbau des Lifts. War das ein bisschen spannend, weil es ist ein altes Gemäuer hier? Schon, ja. Man trifft immer wieder auf Überraschungen, vor allem in dem Bereich, wo man halt Durchbrüche gestaltet hat. Und vor allem auch die Deckenauflager und solche Dinge. Also wir haben ja da auch neben dem Lift eine behindertengerechte Toilette eingebaut. Und das war dann schon eine bisschen Herausforderung, weil wir in substanzielle Teile des Hauses Einschnitte vorgenommen haben. Ja, aber mein Gott, das gehört halt dazu. Und wie war die Fahrt mit dem Lift? Na super, aber da fahren wir ja in Heim auch. Gut, dass es jetzt hier einen Lift gibt, oder? Ja, aber da ist super. War schon lange nicht herum. Für Sie heute ein Freudentag. Sie sind ja der Obmann vom Pensionistenverband. Ein neues Haus, neuer Lift, neue Fassade, neue Fenster. Heute ein besonderer Freudentag, muss ich dazu sagen. Wir haben jahrelang um diesen Aufzug und um diese Räumlichkeiten gekämpft. Ich muss dazu sagen, ein wunderschönes Dankeschön an unsere Stadtgemeinde, dass das jetzt endlich in Erfüllung gegangen ist. Für die ältere Generation, die wirklich diesen Raum benötigt hat und diesen Aufzug. Ohne den wäre es nicht gegangen. Freilich freuen sich viele darüber. Wir haben an die 200 Mitglieder. Alle Wochen, alle Diensttage sind Clubnachmittage. Wir haben ständig neue Anforderungen zu erfüllen, nämlich auch Ausflüge etc. Es wird uns nie bange. Es freut uns ganz besonders. Heute offizielle Öffnung des Aufzuges, das wirklich toll ist und ich freue mich schon, wenn er wirklich in den Betrieb geht. Mit 8.12.2018 ist der Aufzug für uns da. Sie haben halt viel zu tun, oder? Ja, es geht schon. Heute überhaupt nicht. Normale Dienstag sind, da geht es ein paar Maier dahinten, schön langsam. Da sind immer so 40, 50 der Sonnen da. Heute ist es volles aus. Was gibt es heute alles? Was schenken Sie Gutes aus? Wir schenken aus Weißwein, Rotwein, Urmdula, alkoholfrei alles, Schnaps und Rosé. Herr Fackers, Sie werden heute einen Lift, einen Wein segnen. Haben Sie sowas schon mal gemacht? Nein, noch nicht. Das ist das erste Mal in der Premiere für mich. Gibt es einen eigenen Segensspruch für einen Lift? Nein, einen eigenen nicht, aber wir machen zugleich die Eröffnung des Pensionistenhauses und infolgedessen werde ich auch die Liftanlage segnen.